Tanzend ins Glück, wir haben in der ersten DVD, vielleicht können wir auch mal in die DVD reinschauen, einen absoluten Experten im Bereich Bewegung dazugeholt. Das ist der Andi, der hier schon lacht. Aber wir haben in dem Fall ein Konzept von Markus Speppe, den ich grüßen möchte, der guckt nämlich ganz bestimmt zu. Er ist im Bereich Dance, der Experte stürmt derzeit alle Fitnessstudios, da müssen sie so 4Streets extra bezahlen. Dann geben wir ihnen in der ersten DVD einfach nur zum Spaß machen mit dazu. Es ist so schön aufgebaut, es ist so machbar, es ist so Spaß. 3Personal Trainer tanzen für sie, tanzen mit ihnen. Jetzt kommt die zweite DVD. Übrigens beide DVDs gratis on top.